Will ich dir richtig mit dem Autohaus? Hallo, hallo, ja, Autohaus, ja, äh, ja? Ich hätte gerne ein schwarzes, sportliches Auto, wenn es gibt. Ja, 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 ich rufe meinen Chef, okay? Danke. Chef! Hallo, hallo, kommst du mit in das Autohaus? Hi, komm mit. Hier viele Autos haben wir hier, Mercedes, haben wir, Rashid, wie heißt diese Auto? Diese? Oder diese? Diese, diese, diese. Yip. Wie? Yip. Haben wir Yip? Keine Ahnung, ist ein neues Modell? Nein, nein, aber lange schon. Lange schon? Dann kann ich nichts managen, die Autos. So, haben wir hier deine Auto. Das ist das perfekte Auto für dich. Ähm, okay. Ist gut, ja? Felge, Nagel, neu. Neu. Wenn Reifenfall runter, dann gleich hier Ersatz für dich, ja? Ersatz. Und wie viel macht das Auto ungefähr? Schau mal, Taschenrechner, ja? Eigentlich, eigentlich so viel. Oh, das ist aber schon ganz viel. Für dich, meine Freund, du bist mein Kollege, ja? Ja, guter Preis. Das ist nicht guter Preis. Ja. So viel für dich. Wow. Sehr guter Preis. Neu, Mensch. Neu, Mensch. Oh, ja.